BEEP Hä? Hä? Jaaa! Nein! Heiko, hol doch mal! Oh! Oh, Scheiße! Oh, ich hab... Oh, ich weiß es! Du musst es sagen, du musst es sagen! Es ist Shirin... Nein, es ist... Es ist Katja Krasawitz! So! Lass dir das zweite Bild? Oh, es ist Shirin David, ne? Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Alter, lass es so aus uns! Scheiße! Ich bin bereit! Oh! Boah! Boah! Das war ein richtiger Headshot, ey! Boah! Oh, ich hab's aber jetzt im Mund, ey! Tatsamot! Oh mein Gott, was? Ich hab aufgedrückt, ohne es zu wissen! Man erkennt's echt so ein bisschen an den Augen, ne? Hä? Sieht aus wie seine Schwester! Hahaha! Scheiße, ich dachte, ich bin besser als du in dem Spiel! Okay, nächstes Bild! Eww! Unger! Hübsch! Mein Typ wär's jetzt nicht! Also, würde ich die so sehen am Strand? Warum am Strand? Ich stell mir's mir so vor, dass das am Strand ist gerade! Süß ist er! Safe! Ah, dann kommt Eva los ins Gesicht! Ja! Ey, aber nicht mehr so fest ins Auge! Nein! Oh! Ah! Hä? Äh... Sehr... Das bin ich! Ja! Ah! Das Bild! Ja! Ich hab zuerst gedinkt! Ja, aber komm, Alter, das ist doch... Wir haben's gleichzeitig gesagt! Boah, das kicken aber immer! Wir haben's gleichzeitig gesagt! Das ist doch... Voll süß! Das ist doch... Hunger! Oh Gott! Ey, weißt du, wie er aussieht? Aber... Wie die Sängerin von Silbermond! Alter! Die Frisur jetzt sieht nicht aus! Aber die Klaus! Die Sängerin von Silbermond! Ja, ist doch so! Warum kennst du die so gut? Ja! 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 Ja!